Hallo zusammen, hallo Freunde! Heute möchte ich noch mal was mit Fäden probieren, also mit diesen Wollfäden. Vielleicht auch noch ein paar Zellen rein, vielleicht auch nicht, je nachdem, wir testen es einfach mal. Also ich hoffe ihr seid dabei, bis gleich! Okay Freunde, ich habe hier einen Rahmen, der ist 30 auf 30 cm. Ich habe noch, wie gesagt, einen großen Becher Weiß wieder, meinen Schwarz, Violett, Gelb und Türkis. Ich habe jetzt hier praktisch Fäden reingemacht, schon zum Einweichen, also auch schon vorbereitet, damit es nicht so lange dauert. Und dann würde ich sagen, lasst uns anfangen. Ich fange wieder mit einer weißen Grundschicht an. Und das machen wir jetzt mal. Lass es wieder drüber laufen, dass alles bedeckt ist. Ok, 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 ok. Machen wir vielleicht die Luftblasen raus noch kurz. etwas abputzen, zum heiß auffüllen, so, schau, dass wir wieder die Kanten voll haben, ok, mit was fange ich an, erstmal mit den hellen Farben denke ich mal, so, ihr seht es vielleicht, ich habe hier das aufgerollt, möchte nämlich jetzt diagonal hier drüber machen, an die Kante zur Kante, so, einmal, jetzt mal das Gelb, so, dann so, also ich habe kein Silikon drin, jetzt nehme ich mal die erste Farbe, ziehe die hier rüber, also gerade das Violett, ok, hier bin ich zu tief, das habe ich gerade gemerkt, also das Violett ist praktisch in das Weiß versunken, war nicht so toll, so, fadert einfach nochmal, ja, ich weiß nicht, was da los ist, auf der rechten Seite, ziehe das jetzt aber hier mal raus, ich habe hier zu viel Farbe, glaube ich, auf der rechten Seite, ok, da habe ich zu viel Farbe mitgenommen, so wie es aussieht, lass das mal etwas ablaufen, ja, da war es etwas zu dünn, ok, passiert, ich nehme jetzt mal dunklere Farbe, also schwarz hier, setze die jetzt auch mal nochmal so diagonal hin, ja, komm, tropft eh schon, ich ziehe besser mal einzelne Farben, ja, ihr seht, wie es hier drunter geht, aber ist nicht so schlimm, man lernt aus Fehler, haha, jetzt setzen wir den hier hin, immer leicht anlupfen, weil sonst fährt es wirklich unter die Farbe drunter, also anheben, so, und dann halt schauen, dass die Farbe wieder gleichmäßig sich verteilt, ja, ok, ich erhitze es mal kurz, und wieder die Luftblasen rausgehen und vielleicht die Farbe sich einigermaßen legt, ok, hat nicht ganz so funktioniert, wie ich wollte, aber ich finde es gibt trotzdem einen schönen Effekt, und, da mir das ja wieder zu langweilig ist, probiere ich nochmal was mit Zellen, ihr kennt mich ja, aber nicht zu viel, dieses mal, und wieder mein Rollstock, komm, ich probiere es diesmal mit dem Cell Creator wieder, ne, kennt ihr ja, nicht mit Silikon, wenn ich es aufbekomme, sage mal, juhu, ich habe es geschafft, ja, besser ist besser, ne, Kindersicherung lieber ein bisschen härter machen, wie zu schwach, so, Cell Creator, ein bisschen rein, jetzt schaue ich mal, ob es funktioniert, weil, ja gut, einen kleinen Zweip haben wir ja gemacht mit der Schnüre, aber jetzt nicht so arg, und jetzt schon mit dem Finger rein, sehr gut Timo, Bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, ich möchte dieses Mal nicht so viel machen. So, und vielleicht hier noch. So was wie eine Krumel machen. So. 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 Ja, ja, ja. So. So. Das war mein Magen, falls ihr es gehört habt. Okay, ich denke mal, das reicht schon. Sonst wird es wieder zu viel. Ja, das gibt eine schöne Blume, finde ich. Ja, das ist okay. Okay, ich lasse jetzt vor 10 Minuten einwirken. Und dann zeige ich es euch natürlich wieder von naheim. Okay. Da ist wenig Farbe. Dann bis gleich. So, meine Lieben, jetzt von naheim. Ihr seht, es arbeitet ziemlich nach noch. Jetzt mal hier rein. Ja, die ist cool geworden. Ich meine, ihr müsst natürlich schauen, je mehr Farbe ineinander liegen, umso effektvoller wird es natürlich dann auch. Je weniger Farbe ihr habt. So wie hier. Könnt ihr natürlich weiße Sachen machen. Oder weiße Zellen. Dann hier sind wir wieder am Rand. Und hier habe ich ja diese länglichen gezogen. Also Zell Crater arbeitet ziemlich nach. Also richtig cool. Aber halt mit Vorsicht dann zu genießen. Jetzt hier nochmal das schwarze. Okay, aber cool. Also gut. Dann war es das schon wieder von mir. Danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch was. Gerne abonnieren. Und natürlich schreibt mir die Kommentare. Und dann bis bald. Tschüss. Bye. 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 Untertitelung. BR 2018